Was um der Dider? Irgendwas wird aufgeschlagen. Ja, das musste dann... Äh, hinten doppelt... äh, einzutüren! Rechts. Wahrscheinlich in dem Button. Nice. Nice. Treffer. Jetzt set. Ich frag mich, wie ich den Schildtyp geholt hab. Ja, bei Keller kann man gut fusen und man kann oben auch gut fusen. Na aber, kann man das? Dann nehm ich Ash. Hast ja nix verlernt, Pasi. Lukas, sei aufs Maul. Ich muss so viel nachruhen in der letzten Woche. Aus der letzten Woche. Hättest du mir immer öfter geschrieben, ne? Hättest du dich mal da ließen können. Ne, ich wollte ja die Woche auch mal gönnen. Auf die Woche, wo... Die haben einmal Urlaub können. Ja. Ah, jetzt ist wieder der Berufsalltag, ne? Immer zocken, das ist auch anstrengend, ey. Ja. Ja, außerdem musst du jetzt hier zwei Estes von mir, ähm, einholen, ne? Im Raum bei Raff, ja. Ah, scheiße. Ach, gut, warte. Ne, ne, kein Raum. Ja, hier. Achso. Warte, bitte! Nein! Ah, sch... Ah, hab ich gesehen. Ja, nice, Stefan. Ach, scheiße. Ich brauche recht in den kleinen Raum. Nice. Nice. Nice gerettet. Ey, ich geh Wendetrepp hoch! Ich geh Wendetrepp hoch! Ich geh Wendetrepp hoch! Nice, passi. Tod. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, bis unten, der ist immer in der Cafeteria noch. Nice, passi. Nice. Schönes Zivier, Stefan. Schönes Zivier, Stefan. Danke, Leute. Schönes Zivier, Stefan. 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 Wie passt hier, dass Ash hochgekommen ist. 10 Sekunden übrig. Nice. Gibt ihm einfach mal mal Heady, ne? Easy round. Easy round. Hat Stefan sich noch den MVP gesnackt. Den hatte ich die Runde vorher schon. Achso. Na gut, passi hatte ihn. Drei Spiele Clips in einer Runde hier in Match. Nice. Ich denke liefen die schon. Mal gehen sie raus. Ach, das waren klar. Das haben sie doch nicht mitgekriegt. Nee, nee. Da waren nur die drei von... von... Ja, Franz.